Hallo, schönen guten Abend und herzlich willkommen bei Rotmundis Gaming Area. Ja, Schrott, der die Welt bedeutet. Für einen ist es Schrott, für einen die einzige Chance zu überleben. Für uns ist es letzteres, denn wir spielen das wunderschöne Spiel Liesel Company und was für den einen Schrott ist, verkaufen wir für teuer Geld. Ich weiß gar nicht, was genau es ist. Ich würde einfach sagen, irgendwas Kraken ähnliches. Ähm, ja, die Lady mit den Tentakeln kauft uns den ganzen Schrott dann ab. Und, äh, ja, wir kaufen uns davon anderen Schrott, den wir dann in unser Raumschiff stecken. Gut, heute, wenn wir mal ganz zu Beginn erstmal nicht da weitermachen, wo wir davor aufgehört haben. Also wir fangen mal kurz wieder bei Null an. Denn ich möchte gerne Liesel Company für meinen 24 Stunden Stream nützlich machen. Und wir brauchen eine Challenge natürlich dafür. Weil ich aber keine Werte habe, werde ich jetzt mit meinen lieben Crewmitgliedern, die ich jetzt gleich vorstellen werde, etwas ausgemalle... Maledövern, Maledövern. So, dann stelle ich mir alle vor. Zum einen den guten Wieser. Guten Abend. Sehr gute Brownie. Einen wunderschönen guten Abend. Der gute Gray. Hi. Und der gute Bux. Moin. Moin. So, wir sind fünf Mann. Bedeutet, es wird wieder kuschelig eng in dem Schiff. Obwohl, passen noch mehr rein. Okay, so viel Müll, wie wir schon drin haben. Vielleicht passen bald nicht mehr mehr rein, aber... Dann machst du ja jetzt sowieso erstmal weg. Genau. Jetzt kriegen wir ja erstmal viel Platz. So. Viel Platz und nix drin. Ja. Viel Platz und viel Hohl. Aber nicht nur eine Hydraulikpresse zu kaufen. Äh, für die Mitspieler. Nein. Wenn wir Platz kriegen. Also. Völkchen, grüß dich. Bin da. Wer noch... Ich glaube, es ist noch keiner da. Die Leute sind nicht so schnell wie du. Du bist immer so flott hier. Danke dir dafür auf jeden Fall. So, ich hoste dann schon mal ein Spiel. Ich würde gerne ein Spiel hosten. So, wir gehen einfach... Ich warte nur drauf. Naja, alles gut. Wir gehen auf Fall 2. Wir nennen das Ganze... Ne, ich gehe auf Fall 3 einfach mal. Sicher ist sicher. Der Servername nenne ich, ähm... Und jetzt eigentlich... Ich geil. Der den dritten Platz als erst macht. Challenge... Ne, da ist, äh... Da ist Tag 0. Deswegen. Ne, ne, das war schon. Der Fall 3 ist in Ordnung. Challenge-Test... Friends-Only und wir konfirmen. Was ist eigentlich da unten? Bajorn46? Was ist das denn? Ich hab mich schon... Egal, da klicken wir jetzt nicht drauf. Nicht von den Leuten. Nicht auf fragwürdige Sachen drücken. Ja, das ist wohl wahr. Nicht auf fragwürdige Sachen drücken. So, wie war das? Wir haben gelernt, das ist doof. Auf einmal hast du einen Kühlschrank gekauft. Genau. Oder zwei. Oder drei. So, da sind die Leute. Im Error-Akkord. What's happening? So. Juhu. So, Leute. Seid ihr alle da? Nein, ihr seid noch nicht alle da. Also, ich komm da noch nicht rein? Ja, ich komm auch nicht rein. Ihr kommt nicht rein? Das ist wild. Und? Das Spiel nochmal neu stoppen. Ihr kommt nicht rein? Ja, ihr kommt nicht rein. Hast du auch das richtige Mod-Pack? Ja, ich hab nur einen Mod-Pack. Also, drei von fünf Leute sagen, es funktioniert. Ja, das ist das Problem. Also, ich besitze nur ein einziges Mod-Pack. Aber er hat hier rote Sachen mal zwischenzeitlich gesagt. Ja, das ist normal. Okay. Ich probier's nochmal. Ich start nochmal neu. Drei again. Please, drei again. I'm trying. Just give me a second. So ist es gut. So. Einmal schlafen streamen, bis die anderen kommen. So, jetzt drei again. Oh nein. Bayhift wieder durch die Gegend. Ein Error ist aufgetreten. Ein Error? Ja. Dann versuch ich's nochmal. Werden wir jetzt alle gelb? Hätten wir so ein Biohazard-Zeichen bilden können. Ja, wir sind aber nicht alle gelb. So, ich geh nochmal raus. Ich bin vom Server geflogen. Ich quitte das Game nochmal. Oh no. Kurz, wie viele Mods hast du in deinem Mod-Pack drin? Keine Ahnung, wo weiß ich das? 26. 26. Passt. Ich hab 28. Das war schlecht. Dann hast du vielleicht das falsche Pack. Warte, hier im Chat steht noch das alte. Aber, Brownie, schön, dass du da bist. Ja. Geh mal hier in den Streaming-Chat rein. Da steht der neue Code drin. Ich hab 26. Hier in dem Chat vom Streaming. Streaming und dann Chat öffnen. 26 und alle sind an. Und gerade geht bei mir das Spiel los, obwohl ich gar nicht draufgeklickt hab. Was ist denn jetzt los? Ja, das hatte ich auch vorhin. Vom 10.6. Ich hab doch noch gar nicht auf Spielen geklickt. Genau, vom 10.6. Nein, ich will nicht, dass du startest. Hallo? Muss ich den Mod-Launcher nochmal schließen, um ein neues Profil anzulegen? Ja, du kannst aber auch einfach auf das Profil klicken und dann auf Update gehen. Und dann lädst du den neuen Code rein und dann brauchst du ein extra Profil anlegen. Wow. Jetzt versuche ich es zu starten und jetzt startet das nicht. Äh, das kann doch nicht wahr sein. Richtig Arbeiter. Ja, ich bin auch gerade stets bemüht. Gut. Läuft wieder hier. Teilnahmenurkunde haben wir schon mal. Ja. Lethal Company Hoodscreen. Mhm. Ja. Update Existing Profile from Code. Einfügen. You may import Profile. Jetzt startet das wieder, ohne dass er so startet. Was ist denn das für ein Case? Das hatte ich vorhin auch. Da war Steam nicht offen, da wollte er es nicht starten. Da habe ich Steam aufgemacht und schon hat er es gestartet, weil das quasi schon in Startlöchern hing. Jetzt macht er komische Sachen. Jetzt macht er ganz, ganz komische Sachen. Okay. Startup ist completed. Muss mich wieder reinklicken, weil bei mir geht das ja nicht ohne, dass ich reinklick. Den Coil-Head noch ausschalten. Habt ihr irgendwelche Mods disabled? Nö. 26. Haben alle Mods drin. 26 laufende Mods. Okay, sehr gut. Ähm. Alles gut. Habe ich etwas Falsches gesagt? Nein. Könnte vielleicht sein, dass ich letztes Mal das Falschprofi benutzt habe. Ah. Das sind übrigens sehr schöne Bilder im Chat-Hoods. Welche denn? Die vom 11.5. Vom 11. Ja. 11.5. Ach ja. Das, was in den Con-Book gezeichnet wurde. Ich muss gucken, wo das ist. Hier im Streaming-Chat. Nur mit Cocktail-Glas. Ach so, im Streaming-Chat. Ah. Und was aussieht wie ein Badge. Ja, ja. Ne, das ist ja... Das Schlimme ist, dass... Das ist das Badge, das ich nie erhalten werde. Plus das... Plus die... Das andere Badge, das ich nie erhalten werde. Und die Fahne, die ich nie erhalten werde. Das ist das, wo ich erzählt habe, dass ich mal wieder von einem Künstler um 180 Euro... Und das Stollo verarscht wurde. Aber er hat sogar was gemacht. Also jetzt ist es ja. Er hat mir ja Updates geschickt. Er hat es gemacht, nur er antwortet seit einem Jahr nicht mehr. Alter, das ist mies. Ja. Das ist schon... Ja, das ist mein Leben. Setz mal live. Das ist der Grund, warum ich sage, dass ich irgendwann mal die AI dazu bringen möchte, um einfach meinen Charakter zeichnen zu können. Weil den ganzen Scheiß habe ich keinen Bock mehr. Das Problem ist, dass die AI-Künstler, oder diese KIs, die dich als Künstler anschreiben, auch immer nerviger werden. Ich kriege diese Woche mein erstes Komischen. So, wir sind jetzt eins, zwei. Zwei. Sehr cool. Ja. Ja, ich bin schon. Ja, ich mach mich im Mute. Einer fehlt noch. Ja, ich bin schon. Geh, 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 Geh. ich weiß nicht warum das war ja mal ausgefallen wenn wir aber es fehlt immer noch einer perfekt perfekt so liebe leute geht für ein acht geht euch alle mal was an manchmal das ist nicht ich bin immer rosa du kannst den mario nehmen wo du kannst einmal nicht funktioniert wir haben zwei grüne dieser und wuchs ihr seid doch das grün ja ich ihr seid gleich ihr seht gleich aus ihr seid zwillinge ich höre gar nicht lustigerweise wenn er seine tanzmove macht jetzt bei mir gar nicht okay ich würde jetzt gleich einmal erst muss ich fliegen oder genau erst würde ich gleich immer challenge stream läuft ab jetzt 30 minuten ich starte jetzt das game das brauche ich noch auf einsteck dass das das game starten ein timer warum sind wir jetzt da schon schon wohin geflogen ich habe das game gestartet ich wusste nicht dass man am anfang schon im welter ist okay wir gehen einmal kurz ins store jeder kriegt eine light ja doch ja okay jeder nicht nur vier leute kriegen eine so und dann sind wir pleiter vier taschenlampen die anderen sind schon weg ein unglück hast am gesicht vorbei getrunken na kommt das runter irgendwann mal ich weiß aber ich sehe es nicht aber da oben okay so einer wieder runter die anderen sind wohl schon rein ich werfe meine eine taschenlampe jetzt einfach weg dann scale ich schnell die fünf punkte die ich habe und dann gehen wir rein auf in den kampf der taters bin mir noch nicht sicher wo wir lang müssen weil das sieht irgendwie falsch aus in die andere richtung mal in die richtung so die ersten 27 minuten die ersten drei minuten sind schon vorbei haben noch nichts getan verdammt mit vor daneben gesprungen also wieder schlau gemacht natürlich nicht was entrances nein gehen wir den normalen eingang er kommt doch gar nicht hoch jungs da wo der kern ist steht auch die kiste die kette die auch mitnehmen können was denn die blöde sorry ich bin schon verstorben ich auch ich habe gerade eben bemerkt dass ich ein spinnenweben reingelaufen bin ich habe gerade eben bemerkt bemerkt dass ich das spielen wir ihm sind ja da ist meine taschenlampe drin da ist nichts wir sind draußen das kann er auch nicht wissen wir gucken lieber mal bei visa noch ein bisschen zu ja visa redet er sind raus aber visas hier die taschenlampe zumindest das ist aber eine sackkasse visa da ist nichts dieser geht wieder raus mitgenommen dieser ist noch unterwegs kurz sieht ziemlich tot aus jaja kurz ist tot ja ich bin dort da war diese spinne wie viele gegenstände haben wir denn jetzt die gegenstände mitzählen verdammt ja also ist richtig das muss ich ja wissen das war jetzt jeder quasi ein zwei gegenstände ja ich bin wenigstens gar nichts wie viele gegenstände haben wir denn jetzt das wichtig 1 2 3 4 5 6 6 stück wenn ich das richtig sehe 1 2 3 4 5 6 7 wo hast du 7 ok ok also 7 sachen haben wir ganz ehrlich es ist unfair dass man mich als faul bezeichnet ich bin doch direkt ins geschütz gelaufen hatte vorher sogar zwei items das schlimme ist das schlimme ist ich konnte nicht bei der reintrittsgebäude weil da unten auf einmal dann eine spinne ihr netz genau an den eingang gefahren hat ja die jungs dann übern pfeil aus und hab mich dann auch voll ignoriert obwohl du mit ihm reden wolltest so weiter geht's ja wir mussten ja also endlich mal ne oder dass man sich groß was merken muss können wir noch was killen ja können wir wir werden alle sterben hallo ja da wo die spinne war du hast meine taschenlampe mitgenommen wir gehen wieder raus man mit taschenlampe nicht so schnell danke hier das licht andere richtung aber die da ist nichts drin da wo waren wo kamen wir denn wo sind jetzt einmal mit der schlafen haben bin ja aber links oder rechts gehen wir noch da ich habe da jemand laufen sehen hallo 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 oh meine und hier jemand macht es wieder zu und fühlt sich improvements hallo und wieder runter oder wie die werden wir hier hinlaufen das ist immer gut hier ist nichts zum holen ganze gar nichts mal wieder ich habe aber nichts zu mitnehmen ich gehe noch mal in den haupteingang rein ja da steht er liegt noch da nimmt in einer ich gehe noch mal rein sieht gerade aus ist das hier noch irgendwas hier ist nichts hier ist das ding der pc raum wow hier ist auch nichts drin ok daneben nicht einfach wenn ihr wenn ihr die hin ablegt einfach zählen wie viel ihr habt dann habt und 56 hatten wir davor also mal fünf dazu sind elf hat noch jemand was gehabt 12 13 ich hatte nichts leider die satten motor also 14 jetzt und dann würde ich sagen wir wir fliegen wieder jetzt ein stück dabei habe ich gar nichts mitgenommen jetzt gehen wir nach wo ich habe keine hast du was auf deiner couch hier geht es irgendwie nicht lang noch nicht so sicher weil ich gerne und sehe noch keinen entrants also ihr geht oben rum gut danke ich gehe ich mit oben rum da 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 Oh, hier ist der... Schon fertig. Schon fertig? Okay. Zwei Sachen. Also, hier ist es. Dann Blob. Oh, Stimey. Mist. Da ein Schlüssel. Mit uns etwas. Nichts. Oh, noch ein Schlüssel. Wow. Tausend für ein Schlüssel. Ich bin mir nicht sicher, wo ich hier gerade umlaufe. Noch ein Blob. Glaub ich finde hier nicht mehr raus. Oh, Yuki. Perfekt. Wow. Find ich's. Oh, wo bin ich jetzt? Aha. Und noch ein Schlüssel. Ehrlich jetzt? Wirklich? Immer nur ein Schlüssel. Oh, was ist das? Okay, ich hab was gefunden. Muss ich's nur irgendwie wieder zurückbringen. Oh, da ist noch was. Ja, super, Blobby. Find ich schön, dass du jetzt hier bist. Kommst du zu mir rein? Lass mal hier woanders dahin gehen. Der super lebt. Sehr gut. So. Jetzt immer rechts rum. Bis. Das werde ich nicht überleben. Ging jetzt. Ich will nur raus. Bis. Man könnte doch einfach mal den Stream von uns anmachen, ne? Ah! Ich hasse grey. Immer wenn ich grey höre, sterbe ich. Fuck! G2, ich komm nicht raus. Ich will doch nur raus. Da komm ich auch nicht raus. Ich will doch nur raus. Yes! Ich hab's geschafft. Ah! Ich hab's überlebt. Ich will nur irgendwie wieder zum Schilf finden. Ah! Da hinten. Ich hab's über den Hörreichweiter. Doch. Ich bin in Hörreichweiter. Ach, Menni. also von mir gibt es 1 2 3 wir sagen noch mal eine ahnung wie viel haben wir jetzt insgesamt 16 hatten wir davor von mir sind vier sind 20 wie ladet ihr ich dachte schon mal jetzt brauchen die draußen nicht weit genug draußen der völzern und 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 18, 19, 20, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 29 Sachen. Okay, und wir haben noch sieben Minuten. Jetzt müssen wir erstmal zur Company. Ich habe übrigens alles auf Loot Value geskillt, also... Ja, das ist egal. Wir müssen jetzt eh alles erstmal abgeben. Ja, geht nur darum, ich glaube, das bringt dann mehr oder sowas. Das ist dann abgebe oder wir alle. Nö, das ist allgemein. Ich bin drin, ich bin offen. Die Sache da, wo ich... Da, wo ich was halten soll, habe ich nicht. Ja, ich will doch alles abgeben. Weil die Schlüssel geben nichts. Die Schlüssel geben kein Geld. Ja, nee, die Schlüssel geben kein Geld, also lass einfach. Dann leg ich mal woanders hin, wo ich sie nicht beziele. Aber hier oder so... Mensch, jetzt haben wir aber richtig. Ja. Dann können wir ja mal einkaufen. Ja. Oh, ihr könnt loslegen. Nee, erstmal einkaufen. Obwohl, wie viele Minuten haben wir noch für die erste Runde? Lange genug. Nee, ich mal... Fünf Minuten, aber das... Die Taschenlampen holen wir jetzt noch. Die habe ich jetzt gerade bestellt. Boah. Gut, wir haben jetzt 880. Das ist schon... Dann holen wir das euch. Damit wir loskommen. Dann sehe ich da alles... Das ist holen. Hast du alles? Ich habe alles. Gut. Ich dachte, er fällt ins Loch. Nope. Keiner fällt ins Loch. So. Stopp. Bitte. So, ähm... Ich war so doof und habe nochmal bestellt. Ich war gut, ich wollte verpeiler. Ich bin da, wir heben ab. Oh, ihr habt abgelegt. Sehr gut. Sehr gut. Ich habe ein paar Funkis geholt. Aber eigentlich waren es fünf. Ich war irgendwie... Sie habe ich keine mehr gefunden. Ich habe eins. Du hast den Rest einfach fliegen lassen. Ich habe gesagt, kommt mit raus. Ich war voll. Ja, ja. So. So, wir fliegen. Wir landen. Wir haben noch drei Minuten. Fest, test. Ich mach jetzt auch. Okay, so kommt man nicht hoch. Was kannst du nicht scannen? Warum nicht? Das ist aber schlecht. Das ist richtig. Das ist schon ein Motor. Ich bin schon wieder zurück. Zwei Minuten. Ah, damit hätten wir dann 30 Gegenstände. Noch zwei Minuten. Deswegen, ich bringe jetzt den Motor zurück, damit ich den noch zähle. Ja, dann wären wir bei 33 Sachen. Jawohl, 33, nee. Wir hatten ja 29, plus, du hast drei Sachen, oder was? Das ist 30, nee, Gott. Wenn du es in einer Minute 18 hierher schaust, ja. Also was haben wir jetzt? 35 Sachen ungefähr. 34. 34. 34. 4 mal 8 wären 32, 4 mal 9 wären 36, naja. 4 D-10, also 40. Was macht denn da so Krach? Was trinken hier so wieder? Ein Roboter. Ein Roboter. Seit neuestem wohl. Ja, da fliegt der weg. Ja, wie viel? Ich wusste auch nicht, dass die hier gibt. Hä? So. 21 Sekunden noch. Wir starten jetzt einfach. Tschüss. Dann kann der Roboter machen, was er will. Ja, so bin ich. 242 von 239 collected. Wux hat noch einen Gegenstand gehabt, und das war's. Ich hab auch noch einen. Okay, also noch zwei drauf. 2 hat so. 37. 37, ja, dann kann man, kann man 4 D-10 machen. Gut, dann gehen wir jetzt hier aber aus dem Server wieder raus und spielen unseren Server. Das war ja jetzt nur zum Testen für den Timer. Wir wollen natürlich bei unserem Server wieder weitermachen. So, hier wo wir alle, all den ganzen Schrott haben. Dieses wohltuende Geräusch. Ja, es tut mir leid, ich muss erst mal ein bisschen auf Wux drum drücken. So, erst mal duschen. Oh, ich komm mit. Aber ich battle mich mit dir in der Dusche. Also ich muss dich angucken, dabei. So. Das ist Duschbattle. Ja, das ist ganz komisch, warum sich alles hier umgewandelt hat. Wir wollen nicht darüber reden. Du, wir müssen 9.000 oder 600.000 haben. Ja, wir brauchen echt viel. Eine Freifahrtskarte haben wir jetzt. Wie viele Tage haben wir denn noch? Oh stimmt, wir müssen ja wieder skillen. Bum, 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 bum. Ähm, bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Hast du das nur 42? Achso. Ja, 142 stimmt. Das stimmt. Das ist richtig. Oh, ja. Dann skillt mal schnell, ihr lieben Leute. Und dann fliegen wir... Irgendwohin. Wie wär's, wenn wir nach Renn fliegen? Oder wollt ihr lieber zu Titan? Okay, Titan. Dann titanen wir. Attack on Titan. Oh, herrgott. Von hier aus sah's aus wie... wie Auge mit einer dicken Nase. Wenn du da Richtung... Richtung dem Gravaphone durch das Blaue guckst. Sieht aus wie so ein Dino mit einer blauen Nase. Ja, dann landen wir. Ey, ich würd' ja gern, aber... Da steht jemand vor meinem Lande... Knüppel, jetzt. Fühl den mal weg, dicker Junge. Wo haben wir denn welche? Weiß nicht. Haben wir überhaupt noch welche? Wir sagen, hier liegt meins. 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 Ich hab mal eins. Ja, unter dem Tisch waren welche. Und Lapp. Perfekt. Zum Glück haben wir alles unter den Tisch gelegt. Nein, das ist der Teppich nicht. Auf geht's. Nein. Ach, äh, Grey, hab ich dir schon gesagt, dass, äh, mich der Flower Man beinahe umbringen wollte, als er gesagt hat, dass man, dass man mal in meinen Chat reingucken, äh, in meinen Stream reingucken sollte. Ja, der Flower Man kam zu mir zu besuchen, meinte so, ey, es wär voll sinnvoll, eigentlich mal bei, bei Hudson streamern zu machen. Und ich dachte mir so, alter, kann doch jetzt nicht wahr sein. Das war wieder Grey's stimmig. War das eben in der Runde? Ja, ja, eben in der Runde. Oh. Ein Schlüssel. Oh, ganz viel Zeugs. Ein Fall. Lalalalalalalalalalalalalalalala. Boink. Und nochmal rein. In der Weihnachtsbäckerei. Es ist noch einmal. Es ist noch einmal. Ja, ich, 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 ich hab den Schlüssel draußen hingelegt und jetzt geh ich zum Flieger wieder. Ninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninn jetzt müssen wir ja nicht mehr zählen dass das gute nein das war mein walkie talkie gibts wieder her was los den wollten wir denken was ich mein walkie talkie auf dem boden wieder rein mit uns wir kommen wer noch hallo ist jemand zu hause ich kenne sie gar nicht checken in der box am main entrance oder feuer die jack in the box das nearly activation aber gerade in der aktie aktivität da gehe ich jetzt nicht rein dann gehen wir hinten rein oder ist da auch nicht da ist nicht hallo hier runter dann kommen sie zum richtigen weg hier ist der pc raum hier ist nichts drin nichts im pc raum er ist abgeschlossen ich brauche erst einen schlüssel hallo leute ich muss noch mal zu euch ich muss nur ich musste brauchte ich brauch den schlüssel der da draußen vor dem haupt eingang steht dieser erfolgste mir da wäre ein großer laut raum das ist der pc raum also hier drüben was nein das ist der Was ist das? äh, keine Ahnung, ich bin rausgegangen Wo ist die Spinne hin? Ich habe ein Problem, die hat den Weg zugespünt Ich bin rausgegangen, ich bin rausgegangen Ich bin rausgegangen Bitte mal, bitte Bitte mal im Schiff Die macht gerade ein Star Battle mit mir Die starrt mich an Und ich kann mich nicht bewegen Nein, du sollst mal töten Zieh die Hupe Ich will wissen, ob sie sich bewegt Okay, sie tut sich nicht bewegen Sie starrt mich an Ich versuche mal das Und sie redet die ganze Zeit mit deiner Stimme Und über 9000 Punkte, die man gewinnen muss Ich bin rausgegangen, ich bin rausgegangen Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, die können mich jetzt wiederholen. Das ist einfach die eigenen Löter. Das ist doch das, was er scannt. Und wenn du leider in der Nähe bist, dann... Da wollen die jetzt nicht mich auch mal teleportieren. Bitte. Ah, Putz ist gestorben. Ähm, jetzt kommen wir in den Porten. Was ist das, wenn du da auf einmal fliehst? So, machen wir auch das? Ich würde ja diesen Riesen eigentlich gerne mal schocken wollen, ob das geht. Naja, die haben schon die ganze Zeit versucht. Du, du es kein Frags, die Feier gibt, Jungs. Ja, der wäre ich schon lange tot. Ich bin der meisten Polaroide wieder. Besser als der Lazy ist. Da glaube ich die meisten... Ich bin jetzt... Ja, so. Ja. Emmett. Ich war dabei. Hahaha. So viel war das. Ja. Das Schlimme ist, ich wäre sogar entkommen. Ich habe schon den Fire Exit vor mir gehabt, aber ich musste diesen Sprung noch machen. Und ich hatte keine Stamina mehr zum Rennen mehr. Er musste den Sprung schaffen, halt. Richtig. Sie hat mit mir einen Ansteller-Wettbewerb gemacht. Ich habe sie angestarrt, sie hat mich angestarrt. Ging darum, wer als erstes blinzelt. Ja, ich konnte nicht alle, ich konnte nicht alle beobachten. Äh, ach ne, wir landen einfach wieder, haben wir gesagt. Landen. London. London. Fluten. Flaute. Guten. Hatten wir Ihnen noch genug Taschenlampen, kurz? Ich kaufe gerade neue. Ja, da steht es wieder, aber hier liegt noch eine. Unterm Tisch liegt noch Zechstück. Und Funkgeräte. Ich habe keine Ahnung, wie viel wir noch haben. Deswegen kaufe ich jetzt einfach, weil ich, weil... Das ist ein Schlüssel. Hier, habe ich einen Schlüssel gegriffen. Anstatt irgendwas anderes. Okay, jetzt habe ich eine Taschenlampe. Aber ich brauche eigentlich ein Ding. Walkie-Talkie. Das ist noch eine Taschenlampe. Wenn ich einen Schlüssel gefordert habe, kann man es nicht vorstellen? Ich muss mich erret enlightened. Und da dachte ich, eine Taschenlampe, ist das, was ich goingehrt. mehr ist nicht weg da wo du meinst sie meinen brownie ok in den haupteingang will ich nicht da ist eine spinne läuft haben wir jemanden der am schiff ist gut dann gehe ich jetzt rein und versuche an der spinne vorbeizukommen ok ich will nicht rein und an der spinne vorbei da ist nämlich ein maskenmann hinter mir her ach zu aber der kommt rein dann er ist noch drin ok keiner mehr hatten ihre chance nein ich wollte noch gar noch porten wer war der maskenmann schlafen zu schlafanzugträger nicht weiß es keine ahnung dann dann wir gehen alle sterben dann macht euch bereit ganz schön froggie ja du musst nichts sehen das bist du doch gewohnt vom du stellen wir müssen nichts sehen wir müssen nur wollen kannst du das turret ausschalten ja mach ja er hat gesagt kann ich machen ich dachte er hat es dann ausgeschaltet ja 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 Nein, jetzt nicht mehr. Ich hol mir jetzt ein Eis, nachdem er mich umgebracht hat. Das ist auch in Ordnung. Soll ich nochmal, damit wir den Toten wegbekommen, oder soll ich den mal rausporten? Äh, nee, nee, scheint mal den Tor los. Roger, wird gleich gemacht. Warum liegt er auf einmal rutschstarten dort? Das ist echt immer so 5 Sekunden Uhr. Ich würde mir roten, dass sie losfliegen. So. Was rotest du? Warum habe ich ihre Walkie-Tropie so noch wieder gekriegt? Ich habe nur gevotet, falls sie hier losfliegen wollen. Ah, okay. Kannst du versuchen. Also die Leichen und die Engeln liegen vor, ob sie kommen. Wird gemacht. Wird gemacht. Wenn du jetzt um die Ecke gehst, wenn ich das Target nochmal ausschalte, da liegt noch was. Also genau in die Ecke, wo du jetzt drauf gehst. Ja, auf der Treppe. Ein Gebiss. Irgendwas rotes war das. Aber wir haben wieder einen Masked Man. Das finde ich gut. Masked Man. Masked Man. Ja, wir haben mich. Ja, wir haben auch. Soll ich dir mal ausreiten? Oh, Masked Man. Das finde ich sehr schön, wie der Masked Man sagt. Immer jemand, der auf dem Schiff ist. Und dann kommt auch noch gleich die Antwort von ihm und sagt. Meinst du, das soll ich mal ausschalten? Klasse. Lass dann. Mal gucken, ob noch mal einer hochkommt, um die Leichen zu holen und so. Der wäre halt tot. Also um die Maschine und die Leichen zu holen, der wäre halt tot. Hier ist auch noch was. Das kommt davon, wenn man alles immer nur rauslegt. Soll ich noch mal, damit wir den Tod weggehen? Oder soll ich immer rausbauen? Die Achse eigentlich runterschmeißen. Also das eine sind runterschmeißen und dann die Achse holen. Warte, warte, das Mädel ist da. Das Mädel ist da. Jetzt ist der Kuss. Wenn ich das Tages nochmal ausschalte, dann liegt da noch was. Ja. Jetzt haben sie gelitten. Jetzt werdet uns. Ja, geht wieder hoch. Ja, aber der läuft jetzt. Ich hoffe, sie hat bestimmt gecheatet mit ihren Acht Augen. Sie hat bestimmt gecheatet mit ihren Acht Augen, genau. Das Mädchen ist da und der Maske. Ja. 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 Ja, das habe ich jetzt nicht verstanden. Habe ich auch nicht verstanden. Tja, jetzt wird's aber knappig mit den 9000. Eine dumme Frage, warum habt ihr die Leichen nicht geborgen? wir haben den maskenmann die ganze zeit zu geguckt und die leichen lagen ja schon ewigkeiten draußen der maskenmann der maskenmann hat hat alle imitiert bei mir weil ich zugehört habe also von 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 wuchs der gesagt hat er hat bestimmt mit ihren acht augen gecheatet bis da ist auch noch ein mädchen es war wirklich alles dabei das hat der maskenmann aber auch gesagt dass das mädchen da ist er hat das bestätigt wir sind jetzt am gut das ist natürlich jetzt doof für uns ja aber das ist das letzte mal wo wir genügend haben der mann war nicht erfolgreich hier geht nix geht nix geht nix mehr weg graven uns töten ich bleib da weg ich nicht aber sie war sie war halt aggro wegen der wegen dem chance davor deswegen ich bin hingerannt und ob mich gleich wieder weg weil ich wusste dass es passiert du darfst halt nicht vor der dame tanzen das findet ihr halt super aggro nichts mehr ablenken gesundheit aufwischen der ist weg weg erst gefressen jetzt ob wir brauchen wir noch wir brauchen wir noch 400 dann nicht mehr viel ich habe eine parfümflasche hingestellt ich mal noch mal ja mach mal noch ein teil und dann klingeln mal mal gucken ob es reicht dann nur die parfümflasche dann reicht das nur als info klingelt so lange bis die klappe aufgeht ansonsten habt ihr verloren ja es ist gefährlich lebensgefährlich so viel gefühl gut so können wir ablegen hat er schon bezahlt dann wir starten das schiff wie war es bei mir nicht bei mir habe ich keine ja wegen dir immer noch das gebissen minuten tat ich nicht hat lasst mich mit auf wuchs rum drücken immer wieder zum platzen doch letztes mal haben wir ihn zum platzen bekommen jetzt mal haben wir wuchs zum platzen bekommen das geht ja wir haben so lange drauf rum gedrückt bis er geplatzt ist ich will nicht wie der titan ich möchte noch nicht titan egal wohin nicht titan die dann hat wir gerade eben ich weiß ja wenn wir wenn wir nicht nehmen wenn es uns nicht der ist keine ahnung wir wissen nicht mehr wo er hin ist es wäre ich einfach muss ich haben wir schon eingegeben ja nicht dass wir wieder auf die company landen deswegen wir sind auf einem kleinen planeten bist du gegangen ist doch der loot viel kleiner zuerst mal skalieren wieder erstmal wieder skill punkte rein oder an sieht das jetzt so aus was habe ich getan bei mir sieht das anders aus ich habe irgendwie irgendwie die kamera optik geändert jetzt sieht es wieder normal aus sein hutz ein flower man sein hutz da drüben ist nix und dachten doch ich will mal leben zurück hier und ist nix geht wieder hoch hier unten ist in beide richtungen nix ich habe gar nix mir nie aus wir sind sie jetzt so gut dann ist in ordnung aber da kommen wir doch dann vorbei da hinten ist nix geht wieder zurück ja aber den braucht keiner aktuell ist noch keiner im schiff hallo jetzt nicht weiter gehen wir wieder zurück denn was in der blöde welt hier ist ja nirgendwo was voll nervig die welt mittlerweile total verlaufen hier ist wieder was ja hier ist überall nichts da geht es nicht weiter ich weiß wie es geht ich gehe ich gehe zum schiff und macht ihr auf wenn jemand wo jeder feierhexe das wenn ich mal gucken gehen irgendwo an der seite oder ist das der feierhexe das 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 wir haben schon ganz schön spät hier und ganz schön spät hier dann ist das schiff wo ist das ich habe denn ich habe den feuer eingangen gefunden kommt bei einer mit ich bin gerade bei dir im schiff gewesen das ist das ding das ist vielleicht die 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 der honig hier und den bienen zusammenbleiben zusammenbleiben der greift nicht an wenn wir zusammenbleiben also nicht rennen zusammenbleiben und jetzt müssen wir hier runter oder ist noch so ein hüpfer zusammenbleiben zusammenbleiben bist du auch an der tür und dann gehen wir rein hier ist nämlich der lootraum aber hier in dem lootraum ist wohl nix jetzt noch ein lootraum ist auch nix drin und da ist er lass uns noch mal zurück wir haben wir den anderen weg immer nach unten hier wer da unten was hat er dich angegriffen oder was ja okay dann müssen wir jetzt versuchen wieder zurückzug auf das in grieße wir müssen an dem an dem riesen vorbei schleichen macht das ding aus mit dem ist ich weiß nicht wo es ist müssen glaube ich da hoch bist du da nein oh fuck ist ich ist euch wieder nein 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 ja hallo kurz vorm ziel in die haus geschissen wir sind auch voll vortrag von buchs war ebenso Du Arschkickst du! Frisst du einfach unseren Hutz. Ja, kurz vor dem Ziel. Ha, ich bin der Profitabelste. War ich? Wuchs. Wir haben einen Vortrag von dir gekriegt. Oh nein. Aber wahr. Über irgendwelche Mops, die sich bewegen und uns nicht töten, obwohl sie uns töten. Ja. So in der Richtung. Wie oft wollen wir das wiederholen, dass sie sich nicht töten? Keine Ahnung. Dann jetzt eine Biene. Er leckt mich. Wie eine Bayer? Ja. Na komm, wir sind jetzt bei 8900. So, wieder ausrüsten. Ja, uns fehlt noch ein bisschen was. Wir brauchen jetzt einen gescheiten Mond. Großen. Auf nach deinen. Auf nach deinen. Ah, bitte zu meinen. In der. Oh. Oh, das war jetzt ein schlechter. Ja, war's. Guck mal da die Sachen. ich muss noch ein bisschen skillen zwei eins ins vergnügen da liegt was direkt am eingang perfekt nämlich ja 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 So, gehen wir gleich mal wieder zurück mit dem ersten Zeug. Hello. was ist da eine spur uhr was eine spiel oder was ist da eine spinne jetzt schon achtung was ok wenn wir hier umgehen oder hier lang hier lang hier war ich noch nicht fertig mit meiner ecke hello hier liegt was hier eine eine marschg eine marschg zum mitnehmen marschg einmal außen rumlaufen da ist nichts euch nichts mehr verdammt wieder zurück zurück wir sind die drei lustigen vier oder liegen zu unterlegen so aus die eine gerade wie ein baby geschrien ich habe es gehört ich sehe kein loot wo ist dieser loot ist eine tür bei mir hat jemand schlüssel weil irgendjemand hatte doch ein schlüssel verdammt aber hier ist was wollen schlüssel brauchen jetzt noch eine tür jetzt auch jetzt auch abgeschlossen wir müssen jetzt nur den weg wieder zurück finden liebe leute wir würden gerne heim kommen was hier auch abgeschlossen ok wenn man nicht sicher hatte hier rechts links rechts seiten rechts seiten und links sind wieder rechts und dann seid ihr raus dann kommt die haupt haupteingang schnell raus hier alle hinter ja weil er mich hat er hat mich hat mich ja den ganzen lot das wird uns gleich sagt weil wir er hat mich also vielleicht gibt die hat seine sache weggeschmissen überlebt so was hat er denn gefressen ich bin zu lecker für riesen in ein riesen snack danke dir für das rausschmeißen von dem kollegen der antwort einer von den bachern mit deiner stimme ja du kannst versuchen nicht wieder rein jetzt runter in dem ddl in buttle ein riesen wo riest er denn rum das dort jetzt nur noch geradeaus wie du schaust das ist so super wenn die monster eben halt auch koordin das schlimme ist die monster geben halt auch die koordinaten also jetzt links jetzt noch ein stück runter runter hoch hoch ein bisschen runter links jetzt noch geradeaus ich war gerade einem hund zu er dass die ganze zeit gibt vor sich gibt ich müsste da da ist nichts mehr kommen jetzt geradeaus wir haben noch ein paar so gut ich habe gerade einem rund zugehört wie er die ganze zeit wuchs seine stimme kommentiert hat so links jetzt noch ein stück geradeaus und jetzt nur noch geradeaus dann dann bist du da ist es nichts mehr dann jetzt lauf doch mal nur noch links jetzt noch mal links und wie jedes mal wieder von vorne links jetzt geradeaus ja jetzt nur noch geradeaus und bist du da und ich denke so okay ist in ordnung wenn du auf einmal durchfall hast kann ich da nichts für der durchfall mann der durchfall mann dieser wo landen wir landen wir ich fand es so lustig dass der 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 riese kam raus also wir ging raus der riese kommt dieser gray sagt ich bin jetzt tot ich denke mir okay der der riese hat hat gray gefokust und lauf einfach los und 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 in dem moment dreht er einfach um und frisst mich und denk mir so nicht dein ernst inhalt so ein riesen snack in so klein und rund mit einem haupt war ich im mund ja ich will gerade noch meine skillung machen ja drin möchte ich keine skillung da drin möchte ich warum sieht denn das hier nicht schön aus selber hier wie hallo den schlüssel warum ist denn das jetzt irgendwie kein 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 haus mehr aber ich mag es wenn sein haus ist wenn ich wüsste wo das ist die los dann öffne mir doch mal c2 o5 kann ich bitte was anderes aus der schlüssel finden hallo ich bin nur schlüssel ja hier sind noch sachen ja dann lass ich den schlüssel hier warte mal wo ist noch was wo hast du gesagt da ist mich doch da ist mich doch irgendwo eingesammelt und daraus gab es ein fire exit weißt du noch wo das war da wo ich gekommen bin hier ist die mine rechts genau dann müssen wir hier raus und hier rum ah ja das da wo der man ja dann manchmal klappt und ist er tot ist er tot ja ja aber dann können wir den lud noch holen der hund ist durch die hebel ziehen damit er weg kann ja heben die man sie ja 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 ich habe noch ein bisschen was gehen können den roboter habe ich nicht genommen der macht so viel krach mehr würde ich jetzt nicht mehr machen wir sind jetzt noch verstorben ab und an muss ich auch mal ein snack einen hund holen oder war es umgekehrt rot und snack nein die ich bin ich bin nur der rot und snack für riesen riesen lieben den rot und snack ja er hat mir die ganze blöden hunde runter runter rechts rechts select select ab ab okay wir müssen so company keine ahnung hier auf jeden fall company company oder zurecht er ist eigentlich nicht okay landen landen ne wir gehen erstmal wir gehen erst mal die großen sachen ab und dann gucken wir mal wie viel wir noch haben erstmal mal die großen sachen abgeben so da haben wir schon mal 1600 1800 2000 wow zwei leute weniger der ein leute ist halt bloß nicht schuld der hat es auch zerlegt der hat mich jetzt zerlegt der wird doch jetzt wieder fluchen du rorschwarz 7000 gut viele brauchen wir nicht mehr wie viel haben wir jetzt 7600 da liegen nochmal tausend 2000 das sollte schon fast reichen das sollte reichen so ich habe auch noch ich habe auch noch sachen in der hand dann sagt gescheit 7 6 2 4 sind bei 11 bisschen brauchen wir doch noch knapp 1000 brauchen wir nur noch ok 600 600 800 1000 1300 1500 600 700 ist schon offen egal ich gehe dort wieder runter nach hinten weg 12.000 ok wir haben genug um notfalls noch mal Funkgeräte zu kaufen 0 ich glaube ich hole noch mal zwei Funkgeräte ich glaube ich hole noch mal zwei Funkgeräte holt Sachen für mich 0 ich werde euch wieder hört auf euch gegenseit umzubringen für die sehr blöden Leiter und angeht von 0 was macht man damit ... was macht man damit ... nichts Was macht Raider? So, ich krieg ja Kronauer los. Nein, Wartung ist dabei. Ja, genau deswegen. Immer nur rumspielen hier. Da steht ein Reifen. So, was haben wir denn? Das ist ja eigentlich mein dickes Ding. Nee, das kann man nicht. Wer ist ein Jetpack? Was wird das, oder? Ja. Ja, ich würde auch gerne wieder mitspielen. Ja. Hicker ist das, was ich hier in der Hand habe. Ja. Lol. Danke, dass ihr euch dazu bereit erklärt habt, auch wieder mal abzufliegen, damit ich wieder mitmachen darf. Na klar. So. 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 Das ist guter Ismail. So viel. 13.000 weg. Mindestens. 14.500. Ist er? Ist er? 14.800. Ist er? Ist er? Ist er? Ist er? Ja. Jetzt schon? Noch nicht mal 21 Uhr? Wird ja mal früher bei dir. Ich bin heiß. Na gut, na komm. Dann noch eine Runde. Wurde ich sagen. Drei Tage gehen noch. Also eine Runde, bis wir wieder abgeben. Drei. 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 Oh nein, wir müssen auf Chichan. Ich verkaufe die ganze Scheiße von dem Zeug. Alles, was Krach macht, wird verkauft. Wenn die Entsicht abhast, sind Sie in Noten? Wenn die Antworten auf diese Fragen sind, sind Sie in der Selbst-Defens-Fest. Wenn der Kruppmann ist, stelle die Frage wie... Das ist eine Sprechstimme. Was ist das da unten? Was ist das unten? Eben. Hör die. Das ist ein Kanzier. Sorry. endlich aus dem krach weg doch wir werden alle sterben kommt macht euch bereit meine taschenlampe ich lebe neben mir eine tasche lampe form aus dem schiff und diese lehr ganz neu habe ich mir genommen aber nie wahr sein da ist ein lampe aufladen nummer so als info wenn ihr dann keine rund ist hier drin haben wollt solltet ihr alle geräte die krach machen ausmachen dann gehe ich nach links was war das hat mich darum gebracht was hat mich darum gebracht wo kann der her ich habe den nicht gesehen habe ich ein glück ich sehe hoch runter runter hoch runter runter links sehr gut der coinet labert bieser grad zu hoch nice i like it da unten ist auch noch mal ein kreuer hat wir spielen spielen damen sind soldaten jippie flower man dem ruhig mal zu dem flower man ruhig zu wir fahren schon wieder ich wollte ich wollte zum spring break und dann das hat er wir gehen nach rent deswegen gehen wir nach rent ja da ist ein nussknacker gelaufen ja ja da ist alles möglich deswegen gehen wir jetzt nach rent wir haben genügend geld um so einem gescheiten ort zu gehen level a das ist ja das mann ich ist meine taschenlampe schon wieder leer das kann doch nicht wahr sein jetzt mag ich nicht mehr auch nix grüß dich lumi warum nicht wir werden alle sterben kommt macht euch bereit da ist nix ich sterb die ganze zeit ja aber das ist das größte entertainment für deine zuschauer let me entertain you wieder hoch ich habe deine schwester und irgendwas anderes das heißt doch so i got all your sister and we eine glocke halt hast du noch die glocke damit er nicht so viel krach macht du wechselst auch immer hin hin und her bist du selbst dran schuld ja ich versuche ihn dazu zu bewegen aufzuhören ja das macht er nicht doch man hat das auch gemacht wenn ich wüsste wo der eingang ist wenn ich wüsste wo der eingang ist wo bist du alle schwestern alle wirklich alle ok wir kommen an den eingang wuchs für dich was denn das bild wirklich machen laufi 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 ja da glauben wir halt einfach mal schnellen rennbrand die sind die sind die sind die sind die sind Ja. Ich hab' den. Ich hab' den. Biss. Ding dong. Die Ex ist tot. Was. 31.000. Ja. Da haben wir ja jetzt gerade ordentlich gelootet. Ich will noch rein. Okay. Ich komm noch mal. Na 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 bad man. Kann einer im Schiff mich lotsen, ob da noch irgendwas schönes ist? Kann man machen, klar. Kann man machen, klar. Ich seh' schon wieder. Ich seh' schon wieder. Ich seh' schon wieder. Oh ne. Oh ja. Ich glaub' ich. Ja. 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 Sehr schön. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Perfekt. Jetzt. Ähm. Schuss. Ach. Schuss. Schuss. Jetzt. Lech. Ah. Er links. Schuss. Ja. Ja. ... Falsche Richtung. Schuss. Genau. Jetzt halt die familiär. Kommst du nicht nach unten? ich habe überlebt ihr habt es überlebt wir sind alle da leise schläft unser grey in ihm tut alles weh noch ausruhen bis mittwoch dann endlich alles auskurieren ich hoffe dass du dann auskuriert bist das zweifel ich habe mich einfach rein teleportiert und hatte irgendwie ein gemälde gefunden und noch so eine glocke glaube ich und dann ist mir so ein ding auf den kopf gefallen so ein wurm ok ja wenn wir da wieder rein können ich weiß nicht wie es da aussieht hey roundhouse kick hier ist ein riesiges der eingang ist ein hund ich habe es jetzt vor der rechten nee andersrum genau direkt geradezu kann es kann es kann es sein dass du nicht geguckt hast wie es hier aus ist weil ich glaube wir die haben hier eclips ja ist ich bin voll weiß ich habe ja das die funke noch ja Bye bye so und raus bist du in 3 jetzt jetzt hab ich noch nicht drauf so und raus bist du hier faire Vielen Dank. Vielen Dank. Grey ist gefressen, aber ich kann nicht vorstellen, dass ich das rauskomme. Ah, er wurde geriest. Ja, ich würde sagen, wir haben genügend Lot. Wir haben 40.000, ab geht's. Ja, gut, dass ich die Tür zu gemacht habe. So, und jetzt ab zur Aces. Ja, ich muss gestehen, als ich rausgegangen bin, bin ich auch erst an einem Hund vorbeigerannt, dann an einem Riesen vorbeigerannt. Ich dachte mir auch so, äh. Und dann kurz vorm Eingang vom Haus nochmal ein Hund. Ich denke mir so, was ist denn hier nicht in Ordnung? Ja, war wohl Eklip. Ich hab nicht nachgeschaut. Ja. Nein, es war nicht sicher. Wir sind rausgerannt und hatten sofort eine Riesenabahn. Ist es noch sicher? Naja, es war nie sicher. Also es ist noch genauso sicher wie vorher. Ja. So, kommen wir nicht wieder ausreden. Aber ausreden kann ich am besten. Aber wir lassen dich nicht ausreden. Wir reden dir alle ins Wort. So. So. Bitte alle nochmal skillen. Denkt ans skillen. Skillen sie ans denken. Und doof. Angefühl. So. Hutz. Ist der Lauf. Äh. Sehen wir schon da? Sehen wir da? Ja. 146% Loot. Ich glaube, das ist ganz ordentlich. Du alleine? Ich alleine. Obwohl, nee. Kann nicht sein. Ich hätte schon irgendwie 70%, obwohl ich nicht einmal gefehlt hatte. Ja, das kommt jetzt direkt für alles. 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 Okay, ich gehe nicht mehr ran. So, zum Dank, Mann. Gibt's ne Pumpgun. Und? Macht ihn rüber da raus. Ich kann ihn nicht ausmachen. Stehen ab. Das war schon genug. Okay. Dann stellen wir nix. Dann geben wir jetzt nix mehr ab. Nix mehr ab, Kip. Sieht da noch was drauf? Ja. Ja, ich hab's schon auch gemacht. Ihr schafft das. Wir schaffen das. Jo, wir schaffen das. Ich will auch nochmal so 6000 Euro. Nochmal 5000 Euro. Wollen wir nochmal nen Satz Taschendapp und Funken holen? Jo, mach ich. Mach ich. So. Oder ich mach's nicht. Visa macht's. Okay. So. Danke. Tschüss. Dann tanze ich hier draußen. Den nicht. Ding, 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 li, 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 li. Okay, das sieht auch nicht besser aus. Ich komm dir einen Schritt, ich komm einen Schritt auf dich zu. Wir könnten auch einfach dafür sorgen, dass diese zwei unnützen Leute davon mitkommen. Ja. Das wär ja uncool, nee. Ey, wir sind gerade mit Tanzen beschäftigt. Ja. So. Stop. 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 Weißt du, was ich jetzt mach? Ich schmeiß die jetzt einfach hier runter. Oh doch. Du willst es doch nicht. Oh doch, ich will es. Nein, verdammt. Ich hab's nicht hinbekommen. Nein, er hat sie genommen vor mir. Du Sack. Was willst du da oben? Was willst du da oben? Oh, das ist auch noch falsch rum. Hä? Ja. Bei mir ist er zu mir gefallen. Du Sack. Ja, guck mal, bei mir ist nicht zu mir gefallen. Und du bist da hochgeklettert. Traffic-Bug vorhin. So, ich kriege mal. Wohin? Keine Leiter, wir haben es zurückgelassen. Ich möchte mal einen Lolli. Ich bin eine Biene, ich brauche Zucker. Das bin ich nach einem schweren Arbeitstag. So laufe ich nach Hause. So läufst du nach Hause? Ja, ja, nach einem schweren Arbeitstag. Mit gebücktem, mit gebücktem Rücken. Sehr gut. Ja, ja, wir sind, wir sind ein Tausendfüßler. So. Ist Wuchs schon gegangen. Hat uns Wuchs verlassen. Nein, Wuchs bleibt noch eine Runde. Ja, sehr schön. Ja, nee. Ich muss ja bis zum Speichern warten. Sind wir noch nicht abgeflogen? Nö. Dann starten wir doch mal. Hup. Hup. Mach's schön. Da liegt einer auf dem Tisch. Ich lege mich auch hin. Bei mir steht einfach ein B-B-B-Abo. Irgendjemand hat einen Fettisch. Error. Okay, wie viel brauchen wir? Wie kann ich den Bauprogramm abbrechen? Nie. Was sagen wir denn gerade? 13,5. Ich sag 5. 16,5. Ich lege den Loli in die Dusche. Ich war jetzt doch überrascht, wie viel Rent gegeben hat. Also das war ja utopisch. Naja, plus gute Skillung. Also das... Du musst natürlich auch Loot-Value-Skillen. Desto mehr bringt's natürlich. Vorher hat so eine Parfumflasche gerade mal 1000 gebracht. Jetzt bringt's schon 1600. So gefühlt. Hat sie nicht vorhin 700 gebracht? 700? Beim letzten Mal haben sie 800. Da haben wir 800 für eine Flasche. Sekunde. Ich kann jetzt mal eine aufnehmen. Dann sagen sie auch, mich zu präsern. Die sind Luigi. Ich weiß, es gibt Luisis Ghost Mansion, aber nein. 1021 für die... Ach. 1889. Okay. Das ist jetzt... 16.089, aber gut. Dann verabschiede ich mich aber für heute. Okay. Tschüss. Ja, Nathan. Tschüss. Also bei mir sind's nur 1200, wenn ich die hab. Ähm, wenn die anderen Wert habt, dann wer hat's besser. So. Wollen wir noch wissen? Ja. Wir sind noch vier Leute. Deswegen frag ich. Ich mach noch einen mit. Also noch einmal drei Tage. Dann gucken wir mal, wo wir hingehen. Ah ne, wir wollten noch Sachen kaufen, haben wir gesagt. Verdammt. Haben wir das... Ah, stimmt. Dann gehen wir wieder nach Rent. Ich mag nach Rent. Rent ist gut. Rent a hill. So, mal kurz laden. Das vom Sofa zocken? Ja. Das kannst du bestimmt. Irgendwann. Wenn du groß und stark bist. Zwei, drei. Neeeee. Yippie. So. Verdammt, ich hab ja jetzt noch so skillen noch. Ah ne, ich hab schon geskillt. Verdammt. Nein, doch nicht mehr. Keine Skillung mehr für mich. Die ganz andersartigen Menschen. Hooray. Hooray. Wo ist unser Grey? Nein, ist es nicht. Wir sind total die Holle Idee. Juhu, yippie. Ich hab was gefunden. Oder soll ich damit die Monster sagen können, ich hab wen gefunden, sagen? Ich hab den Farbfilm gefressen, mein Michael. Dann musst du zu mir kommen, hier ist voll viel. Ah! Lisa, schrei mich doch an. Warum? Weil ich mich erschrocken hab. So, erstmal wieder ein bisschen aufladen, damit ich wieder rennen kann. Jetzt. Running, 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 running. Zombies? Nein! Keine Zombies. Ach, Zoomies. Was sind denn denn Zoomies? Ein im Arsch, geh. Nein, ich wollte nicht F drücken. Leg das hin. Warst du das geschenkt? Das habe ich schon geplatzt, das ist eine Maske geworden. Ah! Einmal durchzählen. Eins. Zwei. 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 Hier ist nichts mehr, Hutz. Überall nicht. Biene. Woher hier? Eine Biene. Dann gehe ich halt, dann gehe ich nach oben. Ne, oben ist auch nichts. Wie? So, gar nichts mehr, gar nichts mehr. Lisa, wie viel ist denn noch in dem Haus? Wir können jetzt ein bisschen Pfeilexel finden, da muss man rein in eine Ankerseile. 838, 28 und weg den Wert von 28 Tauren. Ja, da muss noch irgendwas hier drin sein. Hey, wo bist du hin? Wenn ich mich richtig fühle, ist es irgendwo hinten ein Pfeilexel zu sein. Ah, für zwei, zwei, drei. Ne, weiß ich nicht. Nein, nein, nein. hier ist noch einer noch so ein kasten aber da ist es auch nicht sind wir hier überhaupt aber jetzt haben wir uns total verlaufen hätten brownie nicht glauben dürfen arbeit für die monster ja ich habe ausgefunden nicht mich warum denn mich ich war es doch aber gar nicht ich war ja einfach weg teleportiert obwohl ich gar nicht will schön habe ich wieder raus aber war denn dieser blöde da muss doch hier irgendwo sein so 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 schon mal wieder zurück so 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 Craig, wie sah denn das aus, wie ich zurückgekommen bin? Gar nicht, du bist ganz normal gelaufen. Okay, weil du musst immer rückwärts. Ja, du bist rückwärts gelaufen, aber du bist nicht halt die ganze Zeit irgendwie im Kreis da getreten. Okay, gucken wir mal, ob wir nochmal dort landen können. Hä? Ja, wir können wieder dort landen. Nur einen Tag, ja. Dann landen wir wieder dort. Ich mag Rent. Mag den Ort. Walking away. I don't know what. It's to say I'm easy to let you break. Da 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 da, can't you remember. I'm in a way. And you for another day. Because of me. Was? Kann sein, weiß ich nicht. Ja, ja, wenn du nämlich zurück zur Base läufst und das machst, dann siehst du trotzdem den Nebel. Okay, wir haben eine Tasse gefunden bis jetzt. Oder... Das ist schon mal. Das ist schon mal was. Komm mal mit dir mit. Komm mit dir. Ja. Hallo. Hi. Sind wir da draußen? Ja. Wolle Rose kaufen? Ha, ha, ha. Hier ist nix. Wie ist das hier hier? Pancha? Pancha? Und Pancha? Oh, ein, 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 ein Würfels. Und was ist das denn? Oh, ein Föhn. Okay, ich bin full. So, mal noch für dich Sachen. Dann bist du auch full. Dann gehen wir wieder zurück. Dann gehen wir nach Hause. Hähne, putzen, pullern und ab ins Bett. Wo sieht's aus? Ah ja, da steht es. Na, sie sind so. Nehmen sie das noch. Sind sie voll? Ne, ich brauche noch ein Wasser. Rechts von euch hat es noch ein Raum. Da ist noch was drin. Kommen sie mit? Ja. Ich bin nicht. Ich habe rückgeweger weiter. Oh. Ah, ein Ente. Ein Quietschenschen. Dann wieder zurück. Den Weg. Wir sind voll. Wir müssen erst wieder zurückkommen. Warte mal. Überleg gerade. Ich glaube, von hier kam ich. Äh, das ist nicht für sich. Verdammt, ne, das war es nicht. Hier? Ich bin hier geradeaus, Wutz. Hier geradeaus, Wutz? Ähm. Ähm. Wo denn? Ähm, Wutz, Wutz, Wutz. Oh, oh, oh. Wutz. Wutz. Ja, Wutz. Äh. Ich bin draußen. Ähm, da gibt es so einen Kreis. Da kannst du durch Türen im Kreis laufen. Versuch die Maske damit abzuhängen. Ray, hilf mal, hilf mal dem guten Brownie, dass er, dass er so einen Kreis findet, wo er die Maske abhängen kann. Ja. Ich bin da vorwärts weg. Ich bin nämlich da. Ich bin hier, du bist hier, schnabeltier. Was soll ich zumachen? Nee, brauchst du nicht. Ist die Maske nicht hinter ihm? Nö. Na dann. Ja, so bin ich. Wir haben 77.000 hier drin. Lasst uns gehen. Lasst uns gehen, ja. Ja. Ja, 82.515. Ja, jetzt drück auf den Knopf. Ja, 82.515. Ich wollte gerade sagen, die nächsten paar Runden sind wieder gesichert. Ja. Es dürfen nur nicht alle sterben. Warum? Warum tun sie dies? So, haben wir schon Company eingetippt? Jetzt haben wir Company eingetippt. London calling you. So, erst mal die dicken Dinger weg. Die Dicken. Ich klingel jetzt, damit sie den hier holt. Ja, Timing hier. So, noch ne Lampe. Hat sie für einen von euch... Ja, sie hat wieder eingesnackt. Ich klingel jetzt, damit sie den hier holt. Mal gucken, ob das schon reicht. Da sind ein Haufen Lampen dabei. 3.000, ja. Das reicht mehr als... Das reicht doppelt. Ja, wir haben nur noch 50.000 im Schiff. Also, das ist... Warte mal. Okay, was können wir denn kaufen? Pyjama-Suit, ein Green-Suit? Ne. Leider nichts Gescheites. Ja gut, dann müssen wir jetzt noch ablegen. Und dann, wenn Bisa dann ja aufhört, dann war es das für heute. Wir waren heute sogar voll erfolgreich. Ja, das ist richtig. Da gönne ich mir zur Feier des Tages den Green-Suit. Hatte ich schon. Als ich vorhin verstorben bin. Und ihr 7 Tage noch die Sachen wegräumen wolltet. Ja. Wenn einer den Lichtschalter hat, könnte man auch den Lichtschalter noch haben. Das sieht gut aus. Das müsste man eigentlich zu viert machen. An der großen Stelle. Vor allem, das Pulsieren sieht gut aus. Quail, kommt doch jetzt wieder. Kies ist da. Hey. Hey, hast du meine Milch? Yeah. Genau. Ich muss noch ein Stück ganzer Seite. Das sieht super aus. Ich denke, wie ich immer... Brawny in die Presse hau. Jetzt müssen wir aber auf irgendeiner Con machen. Auf der Bühne, bitte. Genau die Choreografie. Bei einem Rhythmus-Gefühl wie eine ausgeleihende Uhr. Problem ist, wenn wir das machen, halten uns alle total vor bekloppt. Haben wir richtig vor bekloppt. Kennst du das noch, wenn der Walkman kurz vor der Batterie leer ist? Nee. Das tickert immer noch hoch. Bei mir. Bei mir noch nicht. Ich bin noch nicht fertig. Jetzt 788. Okay. Bedanke. Verdanke ich mich. Krieg deinen Applaus von mir. Okay. Sie 4. Ja. Ich habe auch so mit den Fingern gezeigt. Aber hey. Ja. Kriegst auch. Du. Kriegst auch. Sogar zwei. ein freund nein nein lasch stecken lasch stecken kriege gut das war's dann oh stimmt salutieren können wir noch dass die die null das war nicht die null ja wir hatten gesagt 4d 10 das war's auf jeden fall oder auch nicht das will noch nicht noch nicht lieben jetzt wieder da auch schön die abmoderation reingequatscht ich hab da noch gar nicht abmoderiert alles gut ja sein können nein so schnell bin ich nicht ich muss erst mal aus dem spiel raus ja jetzt wollt ihr da extra rein sammeln hat sich so viel mühe gegeben und du machst das noch nicht mal ja es tut mir leid also es tut mir sehr leid dass ich noch nicht abmoderiert habe ich gelobe besserung dass ich nächstes mal früher aber noch bevor ich das spiel ausmacht durch abmoderieren eigentlich noch bevor ich gestartet habe das spiel am besten direkt so willkommen bei rot und ist gaming area das war's bis zum nächsten mal und drückt dann einfach die awu-taste und gut ist ja ich die hu-taste sondern die awu-taste aber okay ich kann das ja auch mal wieder live machen warte mal ist das das richtige ja so liebe leute ich bedanke mich bei meinen mitspielen ich bedanke mich bei den zuschauern das war's mit rot und gaming area bis zum nächsten mal euer rotundi ciao ciao oh Oh, oh, oh.